Hallo und herzlich willkommen zurück zu Farmers Dynasty. Ja, in der letzten Folge haben wir mehr oder weniger so ein bisschen rumgedümpelt, haben mal Ausschau nach Rex gehalten und waren auch noch mal in der Stadt. Und instant, nachdem ich die Folge aufgenommen habe, habe ich einen Kommentar vom Sigi gelesen, wo ich denn den Rex finden kann. Wir haben 11.47 Uhr, alles ist noch offen. Wir werden mal eine italienische Tomatensuppe vertilgen. Und der Sigi hat gesagt, beim ersten Mal haben wir den ja da, den Rex gesehen, beim John am Laden. Der zweite Versuch sollte bei Clara, wo ich den Pflug bekommen habe. Das war, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt muss ich doch tatsächlich mal überlegen, wo habe ich von Clara, das war glaube ich hier, ne? Oder das war Janet? Ich werde mich mal auf den Weg machen. Jetzt wäre ich beinahe überfahren worden, aber egal. Ich mache mich einfach mal, den Pflug haben wir nicht hier, hier haben wir, was haben wir hier bekommen? Oder haben wir hier den Pflug bekommen? Einmal nasse Füße bitte. Nee, hatten wir hier den Pflug bekommen? Nein. Oder? Doch, hier war das, wo wir das Feld, wo wir das Feld hier hinter gepflügt haben, oder? Das war doch das hier. Ja, genau. Und hier haben wir den Pflug bekommen. Und hier würde ich eventuell Rex finden sollen, mögen, möchten. Da bin ich doch mal neugierig. Nö. Wo wir den Pflug bekommen haben. Ich weiß genau, dass wir den hier bekommen haben, denn wir mussten ja für den Pflug auch pflügen. Du brauchst nicht abhauen, ich möchte von dir gar nichts. Ich vermute mal, dass der auch hier irgendwo dann an der Straße ist. Süßer kleiner Rex. Ach ja. Ich meine, ich glaube nicht, dass der auf dem Hof ist. Ja, hier hat er auf jeden Fall ne Hund, Leute. Da. Da ist er ja. Oh. Na, mein Süßen. Hallo. Rex scheint mich lieb zu gewinnen. Oh, ist er süß. Oh, jo. Oh, mein Kleiner. Ich weiß auch nicht, ob er jetzt sofort dann am Agrarmarkt ist. Also die nächste Position wäre der Agrarmarkt. Nee, bei Olli und bei meiner Süßen. Da läuft er jetzt auch hin. Da werden wir jetzt mal hinterherlaufen. Einfach mal, weil wir es können. Hey, du darfst nicht durchs Feld. Kleiner. Hallo. Na, mein Süßen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt einen Tag verstreichen lassen muss. Das ist ja süß. Ja, ich habe auch gehört, der Sigi hat auch geschrieben, ich muss ihm viermal eine Wurst geben, bevor er bei uns einzieht. Allerdings hat er auch geschrieben, dass er dann jeden Tag seine Streicheleinheiten und seine Wurst haben will. Und ich frage mich, woher soll ich die Wurst nehmen? Ja, ich glaube, da muss ich tatsächlich einen Tag verstreichen lassen. Na gut, wenn du hier auf mich wartest. Ich, boah, ist doch gut, mein Kleiner. Guck mich doch nicht so an. Ich komme wieder und ich bringe dir eine Wurst. Versprochen. Das mache ich mit unseren Rackern auch. Oh, voll süß. Okay, wir lassen den mal in Ruhe. Vielleicht gibt Oliver dir eine Wurst. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich dich dann dort finde. Das ist schon mal gut. Und wenn ich jetzt schon auf dem Weg zurück bin, dann werde ich auch gleich mal gucken, wie es auf den Feldern aussieht. Denn auch da habe ich mal nachgehakt, wie oft man ernten kann im Jahr. Und der Sigi hat geschrieben, dass das zweimal im Jahr möglich wäre. Hallo. Ja, hallo. Was ist denn los bei euch? Ja, hier wird fleißig gesät. Hier wird fleißig Weizen gesät. Und da muss da auch noch Dünger drauf. Die Frage ist jetzt, habe ich immer noch nicht beantwortet bekommen, ob wir hier auch zweimal anstellen können. Das weiß ich immer noch nicht. Aber auch das werden wir über kurz oder lange rausfinden. Was sagt unser Gewächshaus? Diesmal nicht gegen die Tür gelaufen. Das ist sehr gut. Ja, da können wir noch. Das kriegen wir alles noch hin. Super duper. Was tun Sprachzeus? Was haben wir denn hier noch an Aufträgen? Liefere siebenmal würzige Kürbissuppe können wir nicht, weil mangels Masse. Flüge einfällt. Wollen wir das machen? Ich denke schon. Das machen wir jetzt. Ja, das werden wir jetzt machen. Keine landwirtschaftliche Maschine. Einfach mal ein Feld flügen. Bevor wir das machen, möchte ich einmal das ein bisschen runterstellen. Das werde ich wahrscheinlich wieder leiser machen müssen, während der während der Videobearbeitung. In letzter Zeit haben wir einige Problemchen leider. Aber ich hoffe, ich habe sie jetzt in den Griff bekommen. Sternchen ist da hinten. Wir hätten vielleicht da langfahren sollen. Na gut. Fahren wir hier lang. Wir fahren wieder Querfeld ein. Das können wir am allerbesten. und 0,6 Hektar. Das ist jetzt nicht so viel. Das können wir schaffen. Das schaffen wir. Locker bis zum Feierabend haben wir das erledigt. Wenn wir denn bis zum Feierabend da sind. Ach, der Traktor ist ja echt die Höhe. Oh, wenn dann nachher der kleine Rex da bei uns auf dem Hof rumläuft, das wäre ja schon geil. Mutti fährt erst mal über den größten Hügel, den es zu finden geht. Da fährt die Mutti erst mal rüber. Ist ja überhaupt gar kein Problem. Bis ich wieder irgendwo stecken bleibe. Und alles nur, weil man eine kleine Abkürzung fahren möchte. Hallo, Muckühe. Ihr chillt hier euer Leben, ne? Ja, macht mal. Macht mal, macht mal. Wo fahren wir jetzt am besten lang? Da vorne geht die Straße lang. Die Idee. Die Idee. Wenn man so will, ist die Map ja schon reichlich groß, ne? Wenn ich so jetzt an den Sigi denke und an die Bilder, die ich bei ihm gesehen habe, dann muss er doch schon jeden Millimeter von dieser Karte erkundet haben. Ich weiß gar nicht, ob wir jemals dazu kommen, jeden Millimeter zu erkunden. Also ich muss zugeben, dass mir, wenn ich jetzt nur ein Farmmanagement gemacht hätte, dass mir dann tatsächlich diese ganze Farmerei, das Pflügen und so weiter, dass mir das ein bisschen fehlen würde. Aber ab und zu müssen wir das tatsächlich mal machen. Und auch wenn es nur 0,6 Hektar sind, werde ich hier auch wieder ein bisschen vorspulen. Weil ich fand das so gar nicht schlecht, auch wenn die Tonspur in dem Video nicht so wirklich gut war. Fand ich das mit dem Vorspulen gar nicht so schlecht. so seht ihr, dass ich es tue. Ihr müsst euch da keine Sorgen machen, dass ich so viel offline mache, weil ich denke, das gehört einfach dazu. So, wo ist hier jetzt wer? Theoretisch sind wir da. Und praktisch, Erik, Ali, was ist jetzt hier nun? Ist hier noch wer? Irgendwie um die Ecke oder so? Man weiß ja nie. Ach je. Die Richtung. Weggucken kann, ne? Weggucken kann, der ist klar im Vorteil. Ganz, ganz klar. Ja, du stehst hier irgendwo drin, oder was? Da. Ei, ei, ei. Wie soll ich ihn hier finden? Ah, nee, da. Hi. Guten Tag. Nein, das machen wir nicht. Warte mal. Kann ich Ihnen behilflich sein? Es gibt ein zu pflügendes Feld in der Nähe. Willst du das übernehmen? Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. Flüge, das Feld. Da müssen wir einmal unseren Traktor holen. Das Feld. In 500 Meter Entfernung. Noch weiter weg geht's nicht, ja? Ah, da hinten. Okay. Noch weiter weg geht's nicht. Die, 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 die. Eins zu flügendes Feld. Hä? Ich wollte gerade sagen, dieses hier haben wir schon gepflügt. Dieses Feld haben wir schon gepflügt. Vielleicht kommen wir nicht raus, oder was? Dein Ernst? Dieses Feld hier sollen wir pflügen. Ja. Dieses Feld sollen wir pflügen. Okay, das ist relativ schnell gemacht. Genau. Nee, 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 nee. Wir machen... Ab jetzt werde ich mich muten und ihr werdet mich in ein paar Minuten wiederhören. Bis gleich. Ich weiß! Musik 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 So, das war's, das haben wir jetzt erledigt, dann fahren wir mal ruckzuck zurück zu Aneta, das haben wir echt super schnell geschafft. Musik Das haben wir echt super, super schnell geschafft. Also ich fand, dass es schnell ging. Ich war auch vor einem kurzen Zeitpunkt, zu einem kurzen Zeitpunkt war ich beim Überlegen, ob wir das Spulen sein lassen. Aber ich denke, das kriegen wir so mit dem Spulen ganz gut hin. Musik Was mir so durch den Kopf ging, während ich da so rüber pflügte, dass ich damals, wo ich das Spiel gespielt habe, keine Farmhelfer hatte. Ich musste tatsächlich alles alleine machen, was die Farmhelfer jetzt machen. Und noch nebenbei die Quests machen und noch nebenbei mir meine landwirtschaftlichen Maschinen alle zusammensuchen. Also das war schon, schon jede Menge mehr Arbeit, die ich da hatte. Allerdings geht da für die Farmhelfer auch jede Menge Arbeit, jede Menge Geld drauf. Von daher weiß ich nicht, was jetzt besser ist oder nicht. Das muss ich erstmal herausfinden. Musik 625 Euro und 1000, wie viel? 200 noch was? Sozialpunkte oder 1600 Sozialpunkte. Das ist echt nicht schlecht. Muss ich ja mal so sagen. Und dann ab nach Hause. Ab nach Hause. Wo war der Stern? Dort. Gut, da fahren wir hier gerade durch. Und um die Ecke. Hey. Sollst du hier nicht in den Hof pflügen. So, los geht's. Und nein, ich habe es nicht vergessen. Ich wollte auch nochmal auf Truhenjagd gehen. Und das mache ich auch noch. Nur jetzt gerade noch nicht. Aber ich werde es definitiv tun. Das weiß ich jetzt schon. Wenn ihr darauf Böcke habt, dass ich mal alle Truhen suche, die auf der Karte zu finden sind, die ich vom Sigi bekommen habe, dann schreibt es einfach mal unten unter das Video. Würde mich interessieren, ob ihr da Bock drauf habt oder nicht. Oder ob ihr lieber sagt, ja, wir werden lieber Farming sehen. Oder sieh doch mal zu, dass du dies oder jenes machst. Einfach mal reinschreiben. Würde mich mal interessieren, wie eure Meinung ist. Oder was haltet ihr davon zum Beispiel, dass ich nicht die Straßen benutze, sondern hier kreuz und quer fahre, wie es mir gerade in den Sinn kommt. Weil nicht immer sind die kurzen Wege auch die guten Wege, ne? Muss man ja auch immer so sagen. 18.27 Uhr ingehm. 23.51 Uhr real life. Das wird wie eine kurze Nacht. Aber überall. Wollen wir nochmal gleich gucken, ob die Liebste zu Hause ist. Ich weiß gar nicht, wann ich ihr das letzte Mal ein Kompliment gemacht habe. Wer ist denn da unten? Wer büscht denn, du? Haben wir uns schon mal gesprochen? Ich glaube schon. Und wir müssen ja überprüfen, ob unser Rex noch da ist. Dit wäre nämlich traurig, wenn der jetzt weg wäre. Da sitzt der Rex und wartet auf uns. Ey! Mein kleiner. Möchtest ein Würstel haben? Eins habe ich noch. Ich muss noch bei John Würstel kaufen. Na, mein Süßer. Hallo! Noch willst du nicht, ne? Ich glaube, da muss ich noch mal viel schlafen gehen. Okay, Oliver und Emily sind wahrscheinlich auch schon in die Haier gegangen. Okay, mein Süßen. Bald kommst du zu uns. Dauert nicht mehr lange. Hab Geduld. Oh, wie sieht da mein Jack Beer aus? Eieieieieiei. Dann müssen wir ja gleich nochmal in die Waschernlage, nicht wahr? Wie sieht das eigentlich aus? Wie viel Dünge und sowas muss man haben? Oder muss man das überhaupt selber haben? Wenn die jetzt hier Weizen und Düngen und Missstreue und so, muss man das selber haben? Oder bringt die das mit, wenn die hier auf meine Felder arbeiten? Aber nichts Genaues weiß man, ne? Nichts Genaues weiß man. So. Dann wollen wir doch einmal Guckilucki machen. Das müsste ja jetzt eigentlich vollständig gepflanzt sein. Ja. Und wenn ich das jetzt noch düngen möchte, wenn ich das jetzt hier noch düngen möchte, dann kostet das. Ah, okay. Ich brauche nur düngen. Also diesen Dunk macht er nicht drauf. Okay. Dann gib mal Stoff hier. Er startet in Kürze. Das ist gut. Dann gib mal Stoff, auch wenn es schon Nacht ist. Du kannst auch nachts arbeiten. Das ist überhaupt kein Problem. Wir müssen nämlich mit unserem Jackbier gerade mal in die Waschanlage. Siehste, siehste. Ja, 600 noch was haben wir jetzt gerade bekommen. 300 noch was haben wir fürs Sehen jetzt bezahlt. Das ist schon eine Sache, die sich rechnet. Einmal die Pforten auf, bitte. Wir wollen einmal tanken und einmal Fahrzeug waschen. Uh, der Flug wurde gleich mit sauber gemacht. Sehr schön, sehr schön. Das ist sehr gut. So. Einmal aussteigen, dann gucken wir gleich nochmal um die Ecke, ob da gearbeitet wird. Na komm. Dann wollen wir doch gleich mal einmal um die Ecke gucken, ob da gearbeitet wird. Das sieht nicht doch, 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 doch. Ui. Ich freue mich schon darauf, wenn ich mit diesen Riesenmaschinen durch die Gegend flitzen kann. Du müsstest vielleicht mal Licht anmachen, ist schon spät. Und ist schon spät, ist auch jetzt mein Zeichen, um mich Richtung Bett zu begeben und auch die Folge zu beenden. Ich nehme allerdings gleich noch eine auf, denn jetzt startet die extreme Vorproduktion und auch hier in diesem Let's Play sei nochmal gesagt, schreibt ruhig alles, was ihr möchtet, unter die Kommentare, was ihr euch wünscht von mir. Wenn ich es nicht gleich umsetzen kann, wird es definitiv später sein. Aber ich muss jetzt ein bisschen Gas geben, denn während der Urlaubszeit, wenn ich nicht zu Hause bin, möchte ich ja trotzdem, dass ihr Videos bekommt, dass ihr viele Videos gucken könnt. Und das ist auch nur für einen kurzen Zeitraum. Und dann nehme ich natürlich wieder in kürzeren Zeitabschnitten auf, sodass ich auf eure Wünsche explizit eingehen kann. nur momentan geht das gerade nicht, also bis Ende Mai ist das ein bisschen schwierig. Ich versuche mein Bestes, aber kann nichts versprechen. Das Einzige, was ich versprechen möchte, ist, dass wirklich die gesamte Zeit über dieses Let's Play auf dem Kanal erscheint. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch und sage Ciao und Bye Tschüss.